weil er willkommen zurück zu einem ein Let's Play war ein Weg was ich bin jedes Mal aus diesem das ist das mit blablabla der Dunkel wartet nur auf mich aber ich wollte ein bisschen Zeit für mich haben die Änderung im letzten Video habe ich schon angesprochen ich gebe mir alle Mühe dass es trotzdem noch ein normaler Rhythmus sein wird und ihr seht schon ich werde fleißig angefüstert wegen dies wenn so kurzer Zeit den Level so hart und so schnell pusht das ist einfach natürlichs der neue wo ist denn der letzte Überlebende also ich habe ja gerade übrigens hier unten einen Vater der wartet schon darauf dass er mich dabei erwischt wie ich ein Video aufnehme damit er mir bei dem Blending bei der die die schönen Haare abruppen kann an meinem geilen Schwanz und sie mir dann in den Mund steckt und dann so richtig lecker was draus macht ok es ist es ist pervers äh nicht weiter denken aber ich habe leider gerade so kein Gesprächsthema es will fehlen ich wollte es erst mal wieder beim Training so wie ich geden wurde kriege ich wahrscheinlich wieder Muskelkater davon da da trifft man echt voll gut mit da ist er unten da macht er auch was lol aber ich habe das Gefühl, ich habe es ein bisschen langweilig, dass es dumm gewesen ist ich würde sogar über irgendwas reden, aber wie gesagt, heute beim Training halt mal wieder halt, ja, geackert wie so ein Blöder, aber so richtig naja oh, mega leck Moment, da hinten ist einer wir gehen jetzt auf Zombie-Jagd, zwar auf Acker vor allem Junge Instant-Höster-Skoller, der so mustert und ich möchte mich nochmal bei 252 Abos bedanken ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel nochmal erreicht schade übrigens, dass das Breakhead-Programm eingestellt wurde ich hätte mich jetzt sogar angefangen, vielleicht sogar zu bewerben einfach nur weil, naja, wenn ich schon solche Leute wie zum Beispiel Apple werden Spaß aber, naja, abgesehen ich bin jetzt echt so abgesehen von Clone oder Schilling da ich jetzt traue mir, wo ich sage, der hat es wirklich verdient den treu ich jetzt neiiiins schade ah, fast, fast so, da ist der Nächste der ist jetzt weg wenn er nicht komplett scheiße ist ja, also, kann ich helfen vor allem, bitte, wie kommt man auf S, F, H, B, G, G da schießt man doch einfach die Augen und hackt auf der Tastatur rum das ist genau so wie dieser Spieler Jujascu oder, äh Fugl, K, J, oder wie der heißt, ne D, D, J, Fugl, K, J, oder wie der heißt, ne irgendwie so hieß der und ich frage mich echt mal das ist doch das ist doch vergewaltigend wie will man denn bitte da einen hohen Rang haben wenn ich mich irgendwie, was weiß ich, irgendwie so genannt hätte hallo? wer, wer nennt sich denn so? aber das, das war in meinen Augen so ein Fehler ach, genau, da hab ich jetzt auch das Thema seid ihr mit eurem Namen, den ihr gewählt habt abgesehen von den zweiten Accounts seid ihr damit zufrieden? ja oder nein? ab in die Comments so, der Zombie, der macht nix ja, dann träumen wir den jetzt den träumen wir jetzt, Leute ich hab's im Blut, ich hab's in Morin schade komm TROY BATTLE lol genau schöner Leckschlag naja, den holen wir jetzt easy weg pass auf Leute, der Skiller da oben, ey der Skiller Mensch Mensch ah, der, ohne Witz, ja wenn jemals gedacht, dann dieser Typ hier aber da bitte mal einen fetten Applaus in die Kommentare der so heftig wie der ist, ey das geht ja kaum boah, ich bin so scheiße ja, dann kommt er noch davon hin dieser random meine Fresse weil, weiß nicht, egal wo man hingeht auf dieser fucking scheiß Map, ja egal wo, man findet immer einfach irgendein Point wo man sagen kann hm, ich lebe jetzt meine No-Skiller-Haftigkeit aus ich camp jetzt ja, jetzt kann, guck, ganz da oben der Lapp was kann der nix nix weniger als nix alter, so ein fucking No-Skiller, ja No-Skiller welchen Rang hat denn der alter, Mario, Glückwunsch weil, nein, ich beleidigte nicht mehr, das wäre unhöflich das kann ich nicht machen boah, mit seinem Score ja, den er auch so verdient hat dieser Liebe ohne Leier bei Liebe ist er nicht, er schlecht einfach nur schlecht alter alter irgendwie, ich hab manchmal so einen Moment Ich weiß nicht, ob das euch ausgeht, aber manchmal verzieht die Spider einfach so gut oder krass. Da gibt es nix mehr. What the fuck? What the fuck? Gerade eben hat die wirklich so, so, so nach oben verzogen. Ja, ich muss hier irgendwie rechtfertigen, dass ich so scheiße bin. Aber was ist, ganz ehrlich, es gibt hier einfach gerade ja nix. Da, 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 da. Boah, guck, die haben, wo ohne der Skiller wieder steht. Mensch! Also, wenn jemand seinen Skopper dient hat, dann dieser Spieler, jungen. Best Player EU-West, ey. Oh, shit. Oh, shit. Sorry, Leute, das musste sein. So, shit, Leute, ich geh mal... Fuck, Alter, mein Aim. Ach, und der Lappen ist jetzt schon wieder da oben. So, gleich kommt hier das Instant-Fressen von dem Skiller da oben, der nix drauf hat. Boah, es wird hier immer besser. Oh, wo steht denn der? Die Läufer steht denn der? Ach, denn der ist immer nicht. der hat den richtig geil der hat den renn nur weg deinem Schicksal kommst du nicht auch so natürlich wenn mein Warp immer wieder nicht ready ist Alter meine Skills im Zombie haben so überkrass nachgelassen einfach nur das Blöde ist oben steht auch noch einer was will man da machen ja wow Hornet AIM steht ganz oben wahrscheinlich aber wenn ich jetzt die Aufnahme machen würde würde ich jetzt einfach mal Grafik-Bug reinhauen und diese Lusche da oben weghauen ganz ehrlich was soll es denn Hornet GG wow kannst kämpfen bist ein ganz harter Alter wie krass Junge Hornet ey Alter Hornet ey pass auf dass du die vom Skill übernimmst ey bist ganz harter Hund Junge Schade Cryonic hat sich gut hingestellt das ist der einzige auf dem ich zurzeit wirklich was gönnen war guckt hier guckt euch doch diesen No-Skill da oben wieder an sorry ist einfach so mehr kann man dazu nicht sagen ich mein guckt euch das doch an guckt euch das doch an ja cool der andere kennt auch noch GW 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 der Zombie-Modus könnte so ein geiler Modus sein aber nein natürlich kommt dann halt so ne Scheiße raus ich mein wo ist denn hier wo ist hier der Skill wo ist hier der Skill der kann nix Hornet nix nur um campen ja komm ganz ehrlich ich kann mich tut mir leid Leute dass die Runde als zu kurzes Zombie-Bug incoming was will man machen den schenke ich garantiert nicht nochmals score nö nö vergesst es so den nehm ich noch mit aber niemals eher rumach ich den scheiß Runden-Bug so Leute das war's mit mir wir sehen uns dann gleich beim nächsten Mal wieder bis dann haut rein ciao